Luca Evans, so wird die Die Schöne und das Biest Serie. Luca Evans hat enthüllt, dass Disney einige sehr spannende Entscheidungen für das Spin-Off zu Die Schöne und das Biest getroffen habe. Der 41-jährige Schauspieler und Josh Gett, die 2017 gemeinsam in dem Live-Action-Blockbuster an der Seite von Emma Watson mitspielten, werden ihre jeweiligen Rollen als Gaston und LeFou in der Prequel-Serie The Little Town. Evans kann es schon jetzt kaum noch erwarten. Auf die Frage, ob er wisse, wann die Produktion beginne, sagte er zu Collider. Ja, das tue ich, aber ich bin zur Verschwiegenheit. Wir dürfen nicht darüber reden, aber es geht sehr gut voran. Auch wenn er keine genauen Details verrät, deutet der Schauspieler ein paar spannende Entwicklungen an und verrät auch, dass er und sein Großstar in ständigem Kontakt zueinander stehen. In letzter Zeit wurden einige sehr spannende Entscheidungen getroffen. Josh Gett und ich sprechen regelmäßig. Disney ist sehr aufgeregt darüber. Alle sind begeistert davon. Evans glaubt, dass Fans des Films es lieben werden, die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen und viele neue Charaktere kennenzulernen. Er fügte hinzu, ich denke, es wird eine sehr unterhaltsame Reise durch die vergangene Geschichte dieser Charaktere. Und es wird auch viele neue Charaktere geben, die du noch nie zuvor getroffen hast, was sehr aufregend ist. Die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, dass man die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen und die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, und die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, dass man die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, und die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, dass die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, dass man die Geschichte von Gaston und LeFou zu sehen, Untertitelung des ZDF, 2020